Ja und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu 7 days to die mit Minikamin, ich bin zu Hause und ich hab zwei gute Nachrichten, eine schlechte Nachricht. Aber ich fang erstmal mit der Jute an, äh mit den Juten an. Das ist immer das Juteste, also mach ich das auch so. Wir haben eine Munition. Ich hab ein bisschen was hergestellt und es war noch ein bisschen was in der Kiste, hab ich jetzt rausgeholt. Und die zweite gute Nachricht ist es, wir haben die Dresche, hab ich hergestellt. War mal so frei. Moment mal, das ist noch nicht alles. Da, da ist jetzt alles. Das waren die Jutennachrichten. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Schaut mal auf mein Symbolquest technischerweise. Euch dürfte aufgefallen sein, dass das ganz schön weit entfernt ist. Es ist schon wieder passiert. Lasst mich erklären. Es ist nicht so schlimm, es ist eine neue Quest, aber es, äh, es hat auch seinen Grund. Ich bin nicht gestorben, keine Panik. Ich hab nur wieder Symbole verwechselt. Ich wollte markieren, weil ich hab, ich hatte das markiert, ja, dass ich das bauen kann. Ja, hab ich gemacht. Und dann wollte ich umwechseln und hab schon wieder den Scheißkreis gedreht. Verdammt! Kann man das nicht rausnehmen? Achso, wir haben ja hier noch, äh, ja gut. Äh, warten Sie mal, aber bevor wir das machen, wie viele Punkte fehlen mir denn eigentlich? Ähm, jetzt wo wir mehr Munition haben, interessiert mich natürlich auch. Ge, 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 ge. Okay, ist nicht. Haben wir noch nicht. Haben wir auch noch nicht. Also, ich meinte, das wäre jetzt der Scheiße für unsere Munition. Ach, übrigens, wir haben nicht so viel Zeit. Wir müssen die Quest über Nacht machen. Ähm, und wenn zu viel Zeit ist, dann werde ich da nicht warten. Dann werden wir zurück und dann werden wir wahrscheinlich erst mal unter Tag gehen müssen, weil, wie gesagt, irgendwo muss ja der Staffel herkommen. Und so ein Ding, äh, ich will sowas nicht mehr. Ich will jetzt schon so ein bisschen Munition haben. Und wo ich Nitrat herkriege, ist ja... Weiß ich ja. Blei weiß ich auch. Kohle auch. Aber bei Kohle müssen wir auch aus der Haus gehen. Aber vielleicht habe ich ja Glück, dass unter unserem Base auch noch Kohle ist, weil dann hätte ich alle zusammen. Dann hätte ich Kohle, Nitrat haben wir ja und Blei habe ich auch. Dann fehlt uns bloß noch das Kupfer. Oder Messin. Ja, auch immer. Alter, dann werde ich in Munition schwimmen. Ja, gut, sollte ich nicht machen. Tut weh, ist hart. Hart und spitz. Ich habe kein Benzin mehr. Hat die denn mal gejagt? Moment mal, hier ist eine Tankstelle. Ey, hat mal Benzin. Der hat Benzin. Ey, ich kriege hier Stahl. Sag mal, steht das hier, äh... Magazin. Hier steht ja noch nicht da was drinnen. Was ich dafür brauche, war das jetzt Eisen oder Stahl? Eisen ist kein Problem. Stahl denn eher schon? Naja, gut, ist nicht das Problem. Ich frage mir nur, ob jetzt Munition oder... Kommt mir bekannt vor. Ich habe ein Bücher. Ey, vor allen Dingen, ich habe das vor fünf Sekunden neu gesagt. Nice. Oh, schauen Sie mal. Da sind ja jetzt wieder Bücher da. Da muss ich aber mal reinschauen. Aber so weit von. Aber ich lade jetzt mal nach. Ja, gut, Munition und so, ne? Das ist eine Sache, die ich euch verschwiegen habe. Weil ich nicht mehr daran gedacht habe. Ach, unser... Das mit der Treppe funktioniert. Wollte ich gerade sagen. Ich hatte ein bisschen Besuch gehabt. Hä, aber ich hatte doch 300... Lass mal nachher was kontrollieren. Also... Mir war so, als ob ich mindestens noch 200 Schuss hatte. Es war eine Wanderhorde, aber das war doch nicht. Auf keinen Fall. Habe ich bestimmt... Habe ich bestimmt was drin geräumt? Warte, wegen mir in der Kiste oder so. Ja, klar. Ich habe es in der Kiste drin geräumt. Warte mal, du bist ja so inner. So inner bist du also, ja? Sag mal, habe ich wenigstens an die Bolzen gedacht? Ich glaube, der will jetzt angreifen. Hast du. Das ist aber schön. Schwere Rüstung. Das ist genau das, was ich haben möchte. Yay. Ja gut, wir sind ja hier noch am Anfang. Hier wird schon irgendwas... Nützliches bei sein. Hier muss irgendwas Nützliches sein. Wat nu? Oh, mit der Rüstung... Ja, so eine schwere Rüstung, Qualitätsstufe 6. Oh, dit ist schön. Dann wissen wir ja, was wir zu Hause machen, ne? Wenn ich nicht dat er eh nachherstellen kann, mach ich den halt dat andere, ne? Dann stellen wir uns im Teil ne Rüstung her. Ist doch auch nicht schlimm mit. Äh, nach der Munition, ne? Also... Prioritätenkabel, Prioritätenkabel. Maschinenwerkzeug? Dit ist doch Maschinenwerkzeug. Oh, dann sieht der falsch. Was ist denn nun los? Und verstoßt. Mhm. Ist genau das, was ich jetzt haben will. Wer ist da? Kommen Sie nach vorne? Ich hab nachgeladen. Das ist ein bisschen einfacher. Ach, schwendet doch keine Munition. Hallo? Wer bist du denn? Bäh. Ich hab dich nicht verstanden. Du hattest einen gleichen Anfall von Masken im Gesicht. Kam so ein bisschen zu extrem gefiltert hier an, wisse? Also... Hm, 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 hm. Gummiloppen. So. Ne, da sind noch welche. Da sind auch noch welche. Ich weiß. Tü, 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 tü. Sag mal, war das hier mit den Rindplumsen, oder war das hier, äh, einfach nur Luten? Also zum Schluss. Wo die ganzen Zombies dran sind, mein Ding, ne? Ich glaub, das wär mal... Da war eine Knarre im Klo. Ach, das ist eine normale Knarre. Kann ich gleich aus dem Annehmen nehmen. Ja. Die ist es nicht wert. Mensch, raus mit dir. Ist zu spät. Zu spät. Aber er hält was aus. Da kann man nix sagen. Okay. Nimm das zurück. Nimm das zurück. Oh, das war's. Jetzt hast du hier noch die zwei, drei... Leute. Okay, jetzt sind... Nachtleute. Gute Nacht. Entschuldigung, wollte ich mich kaputt machen. Ich wollte sie kaputt machen. Hallo. Die Wäden sind schon tot. Gehe ich jetzt weiter. Ab jetzt ist sie geschlossen. Oh, schön. So, was haben wir hier? Oh, ein Tee. Schön, dass ich mir noch vorher zu Hause die Wampe vollgekloppt habe. Hab ich alles rausgenommen? Ja, hab ich. Bis auf den Kleber. Da müsste noch Kleber da sein. Schraube Sachen, wie gesagt, gemacht. Ich hab gedacht, man muss Eisen mit Dings und dann hast du Dietrich, aber nee, da musstest du ja nicht mit Klebestreifen machen. Aber dafür haben wir jetzt Klebestreifen zu Hause. Ist ja auch nichts verkehrt. So, jetzt geht's raus. Wollte jetzt gar nicht sagen, warum werden die nicht angezeigt? Anzeige ist raus. Ist ein Funzeig? Seht ihr nicht? Ja, ist ein Funzeig. Nimm dein Gesicht aus meinem Gesicht. Du hast sie wohl in die Alle. Ist nicht Munition? Ich muss sparen. Ich wollte sparen. Er hat mir einfach nicht die, äh, Dings gelassen. Also. Ich wollte, ja. Er wollte jetzt nicht. Habe ich jetzt gerade die Dietrich hier gekriegt? Alter, ich stell mir die ganze Zeit hier Dietrich, also ich stell mir jetzt gerade die Dietrich hier her und dann krieg ich die geschenkt oder was? Gibt's doch gar nicht. 22. 22. Da fand ich nachher rin. Das ist ja schon mal sicher. Warte mal. So. Du bist ihr Schichter. Sie haben da was in ihren Korb. Das ist unten, ne? Oh, hier ist ja auch nochmal Loot. Da hinten ist ein Rocker. Verrate mich nicht. Mann. Ich will doch Snickie Piggy. Bin die alte Mensch. Ich will nicht nochmal angeschrien werden. Oh, was ist denn da los? Da ist Party hinten. Schattentechnischerweise. Mann, ey. Ich wollte... Warum versteht ihr nicht, was ich will? Gibt's doch gar nicht. Ich versuche, Tier leise durchzuziehen. Die gönnen das einfach ihr nicht. Es war wegen den Schatten. Gut, er hat... Er hat einen Helm. Jetzt hat er einen Pfeil. Sieht aus hier wie bei... Scherzartikel-Laden. So. Da muss ich rinnen. Hm. Wie gesagt, ich trau der Ernst und Schose nicht. Hm. Ich wollte jetzt gerade sagen. So klein bin ich nicht. Gut, dann hat sich das erledigt. Oh, warte mal. Oh, die sind alle auf jeden Platz. Bing, 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 bing. Das muss klappen, bevor sie die Tür kaputt machen. Ich mag, wenn ich Munition habe. Aber ich war sonst so leise gewesen. Fräulein Tongtong dürfte eigentlich nicht kommen. Also sie, bisher noch nicht. Das ist ein normaler. Ich bin überfüllt. Warten Sie mal. Das brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. Die drei Holz brauche ich nicht. Das brauche ich nicht. So. Weiter geht's. So. Ja, warten Sie mal. Ich muss mich hier konzentrieren. Ich will nichts übersehen, ne? Und dann können wir uns unterhalten. Äh, unterhalten, mein ich. Spidey. Spidermann. Spidermann. Renntenten. Oh, da ist noch eine Kiste. Hier ist niemand. Ich habe so die Füge, ich sollte mich beeilen. So, na denn. Schauen wir mal. Wer ist schneller? Und ich sehe, ich habe noch nicht mal die Kiste gelootet. Ich hatte eine Kiste looten sollen. Die ist oben auf dem Dach. Das heißt, ich muss immer noch mal nach oben. Komm ich da noch mal hoch? Könnte so ja sein. Aha. Siehste? Oh. Äh. Alter, ich wäre beinahe über mein Ziel hinausgeschoben. Habt ihr das hier sehen? Voll Parkour. Gott bin ich. Parkour. Nee, voll in den Inventar. So, jetzt aber. Jetzt, denn, warte mal. Dann kann ich das ja... Warten sie mal. So, ich habe... Immer noch nicht freigeschalten. Noch nicht mal annähernd. Gut. Mal schauen, was wir dafür kriegen. Schauen wir mal. Mal. So, wo ist die K... Karrester. Also, würde ich erst mal sagen, nach Hause... Wie spät haben wir denn? Ein Uhr. Wenn ich nach Hause bin, bis zwei. Ja, gut. Was soll ich denn sonst machen? Nein. Der hat mich jetzt noch mal erwischt, der Dreck hier. Entschuldigung. Kann ich auch nicht anhalten. Da war ein grüner. Ich seh den immer noch grün. Ist das ein Viral? Das ist ein Viral. Ich muss weg. Ich wollte noch ein Auto schrauben, wisst ihr? Und da ist ein Hund. Lass mich in Ruhe, Hund. Ich habe gesagt, lass mich in Ruhe. Wohl, ich könnte eigentlich hierher nehmen. Priorität in Karbin. Priorität. Da ist ja Priorität. Vielleicht kriegt er Munition raus. Und bessere Waffen. Und vielleicht kriegt er auch, äh, mein, 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 mein Dienst hier, äh, Magazin. Und das klingt doch viel, viel besser, als wenn wir jetzt unter Tage gehen, oder? Unter Tage können wir ein paar machen. Ist doch einleuchtend, oder? Haben wir ein bisschen Platz. Den Braut mit nicht herstellen, wisst ihr. Ah, so kann das kommen. Da denkst du, du machst ein Pulli und dann, äh, pullst du da das ganze Zeug raus. Ah ja. Ach sie, äh, ach sie. Was? Ach so. Warten Sie bitte. Das hat weh getan. So. Ich will ja nicht mit fette Beute da rauskommen und dann kann ich nicht losfahren, weil mir in, äh, bei Benzin alles und so. Wie steht denn sonst da? Äh, denn da? So. Das geht ja nun auch nicht. Müsste ja eigentlich die vorletzte Quest oder so sein. Oder die vorvorletzte. Und dann geht's los. Richtung Vierer Quest. Spätestens da kriegen wir ja so oder so bessere Waffen. Sollte so sein, ne? Und das Schöne ist, das hier ist ja jetzt keine Quest. Ich kann jederzeit verlassen. Mal schauen, wa? Jederzeit verlassen. Das war ein Buddle-Botten. Sandwich. Hier eine Verschwendung von Munition. Ja, da ist die Prinze. Auch wenn ich langsam ein bisschen bessere Munition... Äh, äh, Waffen gemeint ich. Oh, der hat mich schon will erwischt. Das ist schon mal ein guter Anfang. Aber das ist jetzt nicht das, was ich gesucht hab. Das auch nicht. Ich denke, das ist ein Waffenladen. Waffenofen-Lokus. Na, warte mal. Wir rutschen bloß hier durch. Schnell. Okay, eine Radtje. Das sieht halt nie so einer Waffe aus. Das ist ja das schlechteste Waffenladen ever. Jo, dass ich hier angehalten hab. Jo, die geht ja noch oben weiter. Wärst du mal Bullen-Yang? Ich glaub, das war ein kurzer. Oder war Dicket? Aber hier ist ein Tresor. Hallo, Sie. Schlafen Sie? Ja, aber nicht mehr lange. Siehste? Mein Tresor. Da wird eine Schrotze drin sein. Wahrscheinlich grau. Aber ist eine... Ramp-Action ist das. Ich spüre das. Das ist es. Oder eine M16. Aber gerade so. Kannst du machen. Ich hab hier noch Dietrich mit bei. Verdammt! Gut. Ich hab doch eine andere... ...Tresor. ...die mich glücklich machen können. Also, die versuchen. So, Mann. Bitte, der ist unter uns. So, Moment mal. Hier ist ja auch Wauzi, ne? Nee, Fogel. Da ist ein Fogel. Der ist weg. Hab ich hier irgendwie... Nee, Holz hab ich nicht. Achso, hier geht's runter. Ich wollte jetzt gerade sagen, hey... Kann doch nicht alles sein. So, da sind ein paar Kisten. Au, eine Kiste. Du musst es sein. Das war meine beste Idee, hierin zu gehen. Sagt euch. Na, jetzt kann ich auch weiter hier nachschauen. Die Nacht ist ja fast vorbei. Verdammt! Was soll denn, Dietrich? Ich hab gedacht, der... Der macht das, wisst ihr? Oh, da hinten ist noch mal Fabrik. Was war denn das für eine Fabrik? Das schauen wir uns mal an. Nur mal gucken. Und es wurde Tag. Oh, hier sind die Briefkästen. Da stimmt schon die Luke etwa. Das sollte ich öfter sagen. Da ist ein Polymantai. Er hat's nicht gesehen. Mein Glück. Nämlich. Da lang, ne? Eine Fabrik. Was bist du? Ich wollte doch Waffen haben. Ist aber ganz schön hartes, Ditte. Was ist da, was hier immer morgen drin? Scheiß drauf, wie lange dauert. Wie gesagt, dann nehmen wir jetzt keine Quest an. Es sei, das ist jetzt, äh... Tierer-Quest. Wir werden uns morgen... Das werden wir uns gönnen. Dann machen wir jetzt nämlich gleich Feierabend. Weil das könnte morgen wieder ein, zwei Sekündchen länger dauern. Warte mal, äh... Ich fahr nochmal schnell zurück. Markiert mal. Ich weiß, es ist groß genug. Kann man nicht übersehen. Aber ich muss 400 Meter fahren. Mehr aufs Weg. Das ist meine Fabrik. Morgen ist Fabrikverkauf. Lieste Bescheid. Bringt morgen ein bisschen Zeit mit. Ich hab zwar keine Munition, aber ich geh davon aus, wie ihr sagt, es ist ja keine Quest. Wenn die Kacke laufen sollte, kann ich ja auch immer, wenn er so ein Stück rückziehen und so, ne? Also, sollte funktionieren. Jetzt kann ich hier wissen. Ich hab gute Gefühle, was das an ihnen tut. Das wird es morgen. Ich glaube, das wird das ganze Blatt wenden. Die Frage ist bloß, in welche Richtung. Wie gesagt, wir können uns ja ganz, ganz ruhig antasten, äh, rantasten, ne? So. Und wenn das denn richtig losgehen tut oder uns, äh, übermannt, dann kann ich ja noch die Bienenhand nehmen. Ne? Also. Wie gesagt, das ist ja keine Quest. Ja, ja doch, ne? Selbstaufwählig. Äh, auferlegte Quest. Aber ich brauch bessere Waffen. Ich krieg hier langsam. Komplexe krieg ich hier. Äh, wir sind Tag 18. Ich hab immer noch keine Pumpaction. Was soll das? Äh, warten Sie mal. Ich werd... Ach, wies wat? Ich verkauf das, halt. Ich brauche jetzt den Platz. Das, wat ich behalte, wie gesagt. Das lassen wir mal hier drinnen. Und das kommt jetzt weg. Also, rein T-Rate. Ja, hier wird erstmal verkaufen, warte. Erstmal Questen. Mann, 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 Mann. Ich werd gleich mal ein bisschen Munition für meine Kohlekufen wahr. Also, alt, wat geht. Achso, ich muss ja erstmal wat annehmen. Hunting. Ja. Robotik. Ach, das lass ich auch jetzt hier. Das kannst du auch haben. Ach, wie ist wat? Das kannst du auch haben. Ich will mir so'n Scheiß da nicht hinstellen. So, ich glaube, ich werde morgen so ein, zwei Paar Trönchen brauchen. Nimm ich mir mal. Sag mal, hast du überhaupt... Ja gut, der wird eh zu spät. Ja gut, hast du ja so oder so nicht. Ich wollt grad sagen, vielleicht hat er ja Munition. Oh. Oh, ich spitzende Schosse. Hilf mal her. Ich glaube, ich könnte dich morgen gebrauchen. So. Ich werd jetzt hier erstmal meine Karre beladen. Und dann werd ich schon mal zurückfahren. Wir sehen uns morgen wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Und wie gesagt, vielleicht wird das eine lange Folge, aber vielleicht auch eine sehr, sehr kurze. Wer weiß das schon. Auf jeden Fall wird da oben richtig geiler Scheiß auf uns warten. Wenn wir da durchziehen können. Munitionstechnischerweise. Entweder wird das alles oder das wird ja alles. Geht's vom Beden. Also, bis dann. Ich bin raus. Tschüüüü!